Mittwoch, 20.12.2017, 6.58 Uhr, drucken Nutzungsrechte-Feedback kommentieren Eif, typeof adi, gleich undefinit, adi.adi, brandet unterstrich schon unterstrich dieser, der US-Senat hat die größte Steuerreform seit mehr als 30 Jahren abgesignet. Die 51 anwesenden Republikaner stimmten für die Vorlage, alle 48 Demokraten geschlossen dagegen. Der republikanische Senator John M. C. Kain fehlte krankheitsbedingt. Eif, typeof adi, gleich undefinit, adi.adi, outstream, Eif, typeof adi, gleich undefinit, adi.adi, Mitte unterstrich 1, bevor das Prestigeprojekt von US-Präsident Donald Trump in Kraft treten kann, muss allerdings das Repräsententenhaus erneut über die Reform abstimmen. Grund dafür waren verfahrenstechnische Probleme im ersten Votum. In der ersten Abstimmung hatte das Repräsententenhaus die Reform mit 207 und 203 Stimmen beschlossen. Trump zeigte sich erfreut über die Verabschiedung der Steuerreform. Der Senat habe die größte Steuersenkung in der Geschichte beschlossen, schrieb Trump am frühen Mittwochmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter. The United States Senate just passed the biggest in history tax comfort and reform bill. Terrible Individual Mandate, Obamacare, Eppelit. Go is to the house tomorrow morning, for final vote. Eif abwählt. There will be a news conference at the White House at approximately lie 1 zu 0 PM. Donald J. Trump, Adriel Donald Trump, 20. Dezember 2017, unterdessen haben mehrere Demonstranten die Sitzung des US-Senats gestört. Von den Zuschauerängen aus riefen sie die Senatoren dazu auf, gegen das Gesetz zu votieren. Die Polizei des Kongresses wurde angewiesen, die Störer aus dem Saal zu entfernen. Eif, typiof ad, gleich undefinit, ad.ad, mitte unterstrich 3, eif, typiof ad, gleich undefinit, ad.ad, mitte unterstrich 2, war kriteo gleich kriteo, kriteo events gleich kriteo events, kriteo events plus h, function, kriteo display acceptable ad if ad blocked, sunite, 458539.